Soja Pro 100 ist ein neues, einzigartiges Produkt, welches die Vorzüge der Natur mit den Bedürfnissen des Fitness-Sportlers in Einklang bringt. Gerade Vegetarier und Sportler mit einer Milchintoleranz suchen oft ein Eiweiß, das von der biologischen Wertigkeit her mit tierischen Proteinen konkurrieren kann. Die normale biologische Wertigkeit von Soja liegt bei 84. Dank eines aufwändigen Verfahrens ist es uns gelungen, diese Wertigkeit bei Soja Pro 100 auf den Referenzwert von 100 zu steigern. Soja Pro 100 kann somit von jedem Sportler optimal sowohl zum Muskelaufbau als auch während einer Diät eingesetzt werden. Dabei ist Soja Pro 100 natürlich gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Soja Pro 100